Ähm, wie war ich das jetzt? Jo, welchen Essen machen wir auf der Tür? Die sind gelaufen. Die sind gelaufen. Die sind gelaufen. Das ist schon ewig geil dabei. Matthias, er lebt doch. Ich hab keine Muni mehr. Alle schon tot gemacht. Hast du Cheats eingegeben? Nicht. Ich hab keine Munition mehr. Wenn er eine Munition findet, lässt er sie liegen. Egal. Der nicht so viel Grind hat. Der nicht so viel Krrrrrr. Das ist zwar brutal. Aber könnte bei euch so ein bisschen nerven. Oder eher einer, der ein bisschen mehr macht. Ein bisschen mehr singt. Das Grind ist zu sehr. Dasselbe wollte ich auch kurz sagen. Das findet ihr sehr schön. Ja, aber sind es schön. Was schiabend. Wobei die wahrscheinlich konnten jetzt so weit auseinander liegen jetzt. Das sind alles top-Sounds. So we decided to use this nice Polish amp from La Boga called, Mr. Hector, because it sounds fucking evil and has a nice tone as well. And you can hear all the schnitl-stuff that they play and also the Cuga-Cuga, nice guitar sound , you will hear it when the record is out. Fuck you and die. Musik Wir passen, das ist dann alles geil. Das ist ein bisschen emotional hier. Mehr Gefühle als in den letzten 10 Tagen. Ich? Wenn die Döschen landen ja nicht. Als würdest du das da-da-da-da-da-da mitspielen. Genau. Mach mal. Na, ich werde mich den Solo seit Nacht schon mal annehmen müssen. Sollte. Eins, zwei, drei, vier, vier. Ich hab'n drastgekufft. Der war aber schön. Sicherheitsmaßnahme mit Matthias, ne? Ja, dann bin ich klar. Bis dann ja Lebensmüter. Fertig. Eidzeit gibt's gleich. Eidzeit. Ich mache den Fußnägel rein. Das sieht doch schon gut. Danke, so schön. Das essen wir nicht. Achso. Das hört ja in der Stimmung an. Oh, 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 oh. Son. Alles Noten. Oh, viele Noten. Kein Platz mehr auf den Notenglatt. Ich habe es alle.